Tag 21, Ostposten Tau. Alles voll. Plan ist sich hier runter zu arbeiten, sehen wie wir wieder, naja was heißt Festland, wie wir auf den anderen Teil der Insel wiederkommen. Wir waren hier hoch und sind dann hier rüber geschwommen. Versuche hier rüber zu kommen. Das haben wir durch Karte gefunden, das haben wir nicht selber entdeckt, da müssen wir noch mal hoch. Sollen wir hier hoch und die Holzers abklappern, hoffen, dass wir was finden. Das ist so viel, was wir hier nicht gesehen haben. Ich gehe hier erstmal die Karte ab. Ich will das hier zusammenhängend haben, dass wir wissen wo wir sind. Das war eigentlich schon alles ganz gut abgeklappert hier unten, vor allem das. Guck mal wie viel das ist. Okay, aber nichtsdestotrotz, das ist 1 Uhr morgens. Das war halb eins. Das sollte eigentlich ziemlich direkt sein, was wir jetzt vorhaben. Also wir werden einfach die Küste lang gehen und wir können vermessen. Auch was interessantes. Nein. So, 7 Uhr. Das ist fett. Hier geht es lang. Wenn wir natürlich eine Hütte finden oder so am Strand oder an der Küste hier, dann gehen wir da natürlich auch rein und gucken. Also so ist das nicht. Dann versuche ich mal ein bisschen, bis hier hier meinem Plan zu folgen und nicht immer abzudriften. So, hier war ich gestern schon. Ich habe mir hier schon alles vermessen. Irgendwie Panik, dass die Kreatur mal wieder... Weil die müsste ja auch hier rüber schwimmen, um hier überhaupt herzukommen. Ich nehme mich an. Das ist eine Peile, guck mal. Na komm. Irgendwie so eine... Ach, guck mal, ich trinke. Oh. Guck mal. Yellow Mushrooms. Neue Pilze. Yellow. Okay. Das ist auch krass, was man hier so durch Zufall findet. Wollen wir uns hier vermessen? Machen wir mal Sinn. Müsst du nicht gehen. Komm schon. Zack. Sind ja kaum gelaufen. Stückchen für Stückchen jetzt. Aber siehst du, dass es zusammenhängt. Gehe ich jetzt mal davon aus. Dass wir hier einmal ganz rumlaufen können. Oh. Also man kann immer nicht so zur Seite mal gucken. Weil man dann immer direkt den Schwung rausnimmt und in die Richtung läuft. Okay. Oh. Oh. Eine Eule. Die sagt eigentlich immer, da ist was. Ein paar Feed von der Weite. Da ist Salzwasser. Und hier. Auch Salzwasser. Ich hab noch nie irgendwas gefunden, wo die Eule hinguckt. Ich hab noch nicht gesagt. Können wir hier mal heben. Ob wir das vermessen können mit dem Kopf. Kann man die Hütte sehen? einschen. Oh. Oh, shit. Kleines. also das heißt ist auch wie wenn er hierher guckt aber die dran okay weg okay weg der kann doch nicht runter ich hoffe der haut trotzdem ab okay weg Tja, wir können jetzt anfangen So, hier sieht er mich jetzt nicht mehr nachkommen Schau ab Geht er weg Boah, kacke, hau ab Was ist das jetzt? Der ist da oben in meiner Runde Der ist da weg, festgepackt Was ist da oben? Ich kann versuchen mal Oh, der hängt da, der hängt da fest Da dreht immer nur seine rum Was soll hier sein? 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 Naja, das ist veräußert Ich glaube, ich gehe dann Auf da Hier läuft sie Scheiße aus hier ich sehe da oben festgepackt ist das kacke hier scheiß auf die kreatur, lauf ins zurück ehrlich gesagt ich hau mir ne medizin rein ist okay war wohl nur fertig die ist ja fest das ist ein scheiß tag kommt hier nicht runter können wir Tau sehen ja ok dann können wir uns hier vermessen okay das ist nix das ist nix das ist kein kach da nochmal hier Soll ich hier sein. Noch eine gelbe Blüte. Äh Pilz. Ich seh hier nix was anderes. Das ist nix. Da ich auch noch nie was wirklich gefunden hab. Nur die Eulen hingucken. Bin ich mir auch nicht sicher wie das aussehen soll. Ich würde auf jeden Fall den gelben Pilz untersuchen. Wiederholen. Oh. Das muss da was sein. Copper fruit. Wow. Die muss selten sein. Soll das die gewesen sein, wo die Eulen hinguckte? Das muss ich mal einmessen. Dass wir hier ein Bild kriegen. Das sind alles nur Ruinen dahin. Da ist noch so ein Feuer, so ein Laternen Ding. Ach das war jetzt blöde. Vielleicht was da drüben. Aber ich glaub wir sehen hier sowieso nix. Ich werde jetzt da oben die Ruine und dann wieder zurück zu Tau. Und jetzt einmal um diesen Dings rum. Wir haben zwei neue Pflanzen, die wir untersuchen können. Und wenn das die Eule war, das sei ja cool. Also diese Pflanze. Oh. Wenn man durch dieses hohe Schilf läuft, dann fühlt man sich als vermansch. Naja das ist schon hier. Eine ganze Menge von denen zu geben. Oh, komisch! Ich äschte. Guck mal was die bei uns machen. Mit der Augen specialize wir in den Spuss것 zu Dir lauen. Zwei jungen das Ding anzumachen Noch mal Ruin Doch, kommen wir hier hoch So, vorsichtig Runter kommen wir immer Jo Jo Kennen wir die alle da hinten Oh, die Affen Mann Verlaber Die Geräuschkalisse Das ist echt Furchteinflusst dir Mal ab, welche neuen So weit oben sind Und die haben wir jetzt auch vermessen Krass Könnte das die Pflanze gewesen sein Wo er sagte die Ruine mit der Statue So, du wirst doch hier eine Statue finden Boah Krass, oh man Wenn das ein Wort ist Wenn das ein Wort ist Ich glaub nicht Oh, guck mal Geil Ich glaub die Kräutur da hinten immer noch rum Kann man jetzt nicht sehen Ja Kann man eigentlich mal Mal abgucken Ob wir hier noch irgendwas Sehen Was noch nicht vermessen ist Weil wir das schon x-mal vermessen haben Kommt ja Kommt ja immer auch ein Stück weiter Ah Jetzt Ja Ungünstig Uhrzeit Zwei Uhr Nein, 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 nein Okay, da unten sehen wir nichts Jedenfalls nichts Nix besonderes Seitdem diese Riesenblätter Dahinten werden was Und ich glaube das ist nichts Da ist die Statue Das meinte Das was der meinte Ja Schnell vermessen Wie ausgerechnet jetzt Die hab ich schon Die hab ich schon Die hab ich selbst vermessen nicht Da ist schon wieder so ein schwarzer Punkt Ich weiß nicht was diese schwarzen Punkte auf der Karte sind Ich versuche es mal Klitschi klitsch Hier der große Frosch Der heilige Der heilige Frosch So und hier meinte er wächst eine Pflanze die so seltsam ist Dass er keinen Plan hat Und so weiter und so fort Und so weiter und so fort Also Das sagt Gute Zeit Ich freue mich immer noch, ob wir hier noch so eine super Pflanze finden, die Teil unserer Heilung ist. Das ist nur Kack hier, können wir hier drinnen gehen, das ist auch nix, was ist das? Das ist auch nix, eine so eine Pflanze heißt Taktus, da bin ich immer noch, so ne, der meint auf jeden Fall Statue, Pflanze. So, hier ist Statue, wo ist Pflanze? Ich will das jetzt nicht verpassen, neulich hier, nicht gut genug nachgeguckt haben. Ist das Schwimmen hier? Oh. Hm. Ich schätze, das war die blaue, die wir jetzt hier schon haben. Wo von der anderen Seite praktisch gekommen sind. Das hatten wir ziemlich früh, ziemlich vor kurzem gefunden. Statttool. Ach nicht, das war ein Dreierkopf. Und hier nein. Stattt. Iusz RTen. Ich bin чуть gleich durch den Kammel. Das war ein Dreierkopf. Was ist das? Ich lass mich nicht so auf den Kammel aus. Das war schon. Drei, 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 Drei. Oh. Hier. At the apex junction I came across the ruins, the second led to... The ruins connected with the river which flowed east into the heart of the jungle. Also, the ruins flowed in the jungle. I followed the river and came upon another totally unique species of plan. Ah, okay. Yes, plan X. The ruins with a river connected. The river connected to the jungle. The river. I'm going to take this one. The river. Oops. The river. The river. Same here. The river. I'm gonna take this one. The river. The river. The river. The river. The river. I'm going to take this one. I'm going to take this one. sehen meine trüben augen gott damit ich weiß noch einen zugang zu geben was ist das die musik und ist gleich nach ob ich muss diese pflanze haben hier übernachten ist mir alles egal noch platz für eine unbekannte pflanze gefährliche das ist ein blätter das heißt dass man hier laufen kann nein 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 dringend nur das wasser muss man da hinlaufen können soll der kack der hier sind pflanzen sie müssen auch überschwimmen bei der pflanze muss man da nicht aber stehen können oh gott ok gesundheit ist ok hier kann man stehen pflanze nehmen ok jetzt müssen wir aber raus hier zurück also ich habe mir sollte jetzt zumindest einige strecken schwimmen können so wie das ist immer noch ok so jetzt aber zurück ganz fast an die küste vor das dunkel wird niemanden so viel wasser dass wir ok sind wir können jetzt hier durch schwimmen und mit erhöhter stärke glaube ich wenn wir die andere droge noch haben können wir noch weiter so müssen jetzt nach tau schnell wie gehen so tau ist da hinten hier waren die ruinen oh shit hier runter wo ist sie hier für morgen noch mal bei oh nein halt die blume fest halt die blume fest das ging ich wollte die blume nicht fallen lassen das war wichtig gesundheitlich ok hier waren wir hier Ich kann ihn nicht sehen. Das muss man nicht packen können. Ich habe drei super wichtige super blumen. Ich will nur noch speichern, ich will nur noch speichern. Boah, so viel Stress. Lauf, 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 lauf. Jetzt die Bestie, das fehlt mir jetzt noch, die mich dann von hinten anspringen. Und wie eine erstaunliche Gesundheit. Wir sind einmal umgefallen, sehr viel geschwommen und Gesundheit ist immer noch okay. Das ist gut. Was ist drauf da? Wir müssen hier speichern. Äh. Ne, konnte man nicht. Stopp. Ja. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt können wir auf jeden Fall die Pflanze untersuchen. So, dann neue Specimen 1. Den gelben Pilz. Mal gespannt. Das ist gut. 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 Die Fumos kann sich anschauen. into Heruglian Tonic, a substance that improves strength, speed and swimming ability. Oh, auf jeden Fall nutzlich. So, Absorption Agent Plant. Oh, das ist eine Stärke Pflanze. Das ist ein proper Absorption Agent Plant. Absorption Agent Plant. Weiß nicht, ob wir die schon haben. Die ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt die wichtigste. Und das ist Agent X. Combined, doing themselves. Antibiotic. Agent X. Okay. Also, erstmal Storagel. Die ist wichtig. Die brauchen wir eigentlich nicht. War die Alge auch Agent X? Die können wir verbraten. Da können wir uns eine Schwimmbroge mitmachen. So. Temporary improvement of your strength. Zack. Und schon voll die Drogenexperten hier. Jetzt haben wir alles hier anlang des Flusses gefunden. Ich war die Alge Agent X. Ich glaube, wir haben alles. Ich weiß nicht, was ist die Dinger. Naja. Das sind einfach nur Sachen, die wir für... Die Mugel Drug. Absorption Agent Plant. Jetzt haben wir alles durch. Und wir haben die Mugel durch. Und wir haben die Mugel hier. Und wir haben die Mugel. Ja, woher ich mich nicht mehr angenutessen. Und wir haben die Mugel. Und wir haben die Mugel aufgesucht. Und wir haben die Mugel. Und wir haben die Mugel. Ich komme an das schon. dass ich das sehe Heracluse Basic Metzl, äh die können wir alle jetzt lass ich das alles merken extra strength, das kann man Mente das war jetzt Anti-Poison nix Agent Z das haben wir aber schon das kennen wir Time E Poison so und da irgendwas Basic Metzl Basic Metzl das war der bunte Pilz Agent Z Mente 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 Basic Type C Poison den hatten wir aber schon den hatten wir aber schon die Alge Agent Y also die Alge ist Y was wir jetzt eben gefunden haben ist X und Z haben wir schon das war der blaue den haben wir gemacht uns fehlen ja noch Informationen nämlich an ich glaube ich noch keinen, also den wissen wir noch nicht da fehlt uns der Absorb Agent Plant muss man das sein und für das das Orchidee Extrakt fehlt uns das war der Weg nach Vega und dem Wege haben wir die Alge gefunden das ist alles was wir hier bisher haben und in ex haben wir die jetzt gefunden das ist die für ex und das war als alles was wir haben also das teil und die alge die man hier unten hin das sind so unsere wichtigsten die beiden das ex und das ist war hier noch ein trompeten ding und dies für stärken nämlich an und die beiden hier sowie kacke nicht wichtig das ist wichtig für unsere letzte droge x2 merken vor wieder durstig werden sagt der tacho 12 aber würde ich sagen aber erfolgreich ganz gut aufgedeckt hier unten entlang wir wissen dass wir hier wieder aus haupt festland nicht immer auf die hauptinsel kommen und den haupt teil der insel hier haben wir die das ex ding gefunden also ein teil davon jetzt wieder hier runter zu kommen hier war die kreatur also ich würde einfach mal suchen hier weiter runter wieder dass wir dann doch mal hier rum forschen wird das so groß und boot habe ich auch noch nicht gesehen oder da wir ja jetzt hier geguckt haben könnten wir auch mal hier oben lang und dann fehlt uns noch hier oben das stück so viele sagen die könnten auch hier wieder runter und das hier fertig machen durch boxen irgendwie werden wir schon überleben vor wir weiter nach norden gehen alles richtig ab gras zu werden dann die die n aber